Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zum neuen Video hier bei WotzeTV. Und Leute, heute mal mit einem ganz anderen Video. Und zwar der YouTuber Reggie hat mich gebeten auf sein ASMR-Video zu reagieren. Und Leute, so oft wie er schon auf meine Videos reagiert hat, ist es für mich eine Ernstsache auch auf dieses Video zu reagieren. Wisst ihr was ASMR-Videos sind? Das sind so Videos, die durch optische und akustische Reize kribbeln, hervorrufen. Also ihr sollt entspannen, sie sollen euch beruhigen. Und genau sowas brauche ich. So überdreht wie ich immer bin. Und für ein spannendes Video brauche ich auch wieder mein Grinch Popcorn. Zum Glück habe ich noch etwas. Wenn ihr auch mal andere Videos sehen wollt, so wie das hier von mir, dann lasst gern jetzt mal tausend Likes da und abonniert diesen Kanal. Und schaut gern auch bei Reggie vorbei. Seine Livestreams, seine Gaming-Streams sind legendär. Schaut bei ihm vorbei. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt dieses tolle Video an. Oder was ist das schon entspannend? Oh, jetzt verlässt er das Haus. Jetzt ist der im Schnee barfuß. Ja, ist denn der verrückt? Oh, so eine schöne Schneelandschaft. Aber gleich ein bisschen Grinch Popcorn hier. Oh, ist das weihnachtlich? Oh. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh mein Gott. Ach, das ist nur eine Karotte. Das ist ein Schneemann. Oh mein Gott. Ach, ist das ein schöner Schneemann. Ist der schön. Will auch mal einen Schneemann wieder bauen. Wisst ihr, was das für ein Schad ist? Schreibt es in die Kommentare. Oh, jetzt läuft der wieder mit seinen Crocs um hier. Jetzt ist das Popcorn wieder gut. So, was macht er jetzt? So. Ja, wieder Schnee. Jetzt zieht er die Crocs aus, Leute. Ist der wahnsinnig. Bei dem Schnee zieht er die Crocs aus. Oh, er wird schon ganz eiskalt beim Zuschauen. Er tastet sich langsam an. Hm. Ist das Popcorn gut hier. Ja, so Schneegängelchen. Nur mit den Füßen. ganz langsam. Alter, ist mir kalt beim Zuschauen. Was macht er jetzt? Er läuft weiter, ganz langsam. Oh. So. Was macht er jetzt? Er klebt seinen Fuß immer weiter tiefer rein. Es wird dann noch kälter hier. Leute, fühlt ihr euch schon entspannt? Bei mir wirkt das jetzt noch nicht so. Aber vielleicht bei euch. So ein gewisses Kribbeln kommt da, glaube ich schon. Ganz langsam, ganz langsam. Bei den Beinen, na? Da meinst du, da ist der Yeti oder Bigfoot unterwegs. Oh, Mann. Ich könnte sowas nicht. Eine Minute würde ich vielleicht aushalten. Würdet ihr länger aushalten? Ah, das ist Popcorn. Ich brauche mehr Popcorn. Aber dieses Geräusch vom Schnee ist schon entspannend. Ich glaube, ich bin mal kurz still, damit wir das Geräusch besser genießen können. Entschuldigung, das ist das Popcorn. Wollt nicht stören. Jetzt entspannt mal ein bisschen. Hm? Vielleicht wirkt dieses Popcorn-Geräusch ja auch entspannt. Hm. 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 Oh, was macht der jetzt? Das tastet er sich lang. Das ist schon fast ein Watscheln, oder? Ah! Wieso die Entchen? Ja, watschel, watschel. Ah, wieder ein bisschen schneller. Hat er da einen bestimmten Rhythmus? Oder ist das willkürlich? Jetzt wieder ganz langsam. Meine Leute, wie kann man so lang barfuß im Schnee laufen? Das Popcorn klebt, ey. Bin ich froh, dass ich noch Popcorn übrig hatte. Oh, jetzt rennt er. Jetzt wird's ihm kalt. Jetzt muss er rennen. Schaut ihr öfter solche ASMR-Videos an? Hat das eine Wirkung auf euch? Ist doch mal ein anderes Video dieses... als so hier. Ein Chucky-Video oder so. Das ist richtig cringe. Das ist cringe-Video hier. Nicht cringe, sondern cringe. Was macht er jetzt? Er fühlt sich wieder in den Schnee rein. Ganz sanft in den Schnee. Boah. Das ist quälend. Das muss quälend sein. Aber er macht das. Er macht das nur für euch. Nur für uns alle. Alter, mir wird ganz kalt. Mein Fuß klippelt auch immer mehr. Was ist denn da los? Was macht er jetzt? Ja. Der bohrt seine Ferse da rein. Ja. Der hinterlässt Spuren im Schnee. Ja. Hört euch das Geräusch dabei an. Ist das nicht entspannt? Mein Fuß klippelt immer. Was ist denn da los? Er tastet sich weiter vor. Läuft er wieder? Läuft er wieder? Jetzt hör auf einmal die Schuhe wieder an hier. Jetzt rennt er jetzt schlittert er. Jetzt geht der ab. Jetzt geht er ab. Oh mein Gott. Was ist da los? Was ist mit meinem Fuß los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist da los? Oh mein Gott, Leute. Ich hab grüne Füße. Oh mein Gott. Ich verwandle mich in den Grinch. Nein. Das muss von diesem Fuß Video kommen. Und von diesem Grinch Popcorn. Oh mein Gott. Das wirkt. Hoffentlich verwandle ich mich noch mehr in den Grinch. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Das ist zu viel. Ich muss aufhören mit diesem Video. Und ich darf dieses Popcorn nicht mehr essen. Aber ich grüße heute noch mal jemanden. Und zwar sehr genau hier. Ansonsten. Abonniert den Kanal. Macht Glocke aktiv. Und lasst gern 1000 Likes da. Leute. Wir sehen uns. Oh mein Gott. Ich werde grün. Ich werde zum Grinch. Tschüss. Tot dema. Tot dema. Bis zum nächsten Mal.